Mit der neuesten Version 24 haben wieder einige neue Funktionen in Viso mein Büro Desktop Einzug gehalten und zwei davon möchte ich Ihnen in diesem Video genauer vorstellen. Los geht's! Wir beginnen einmal mit den neuen Steuerformularen, am Beispiel der Einnahmenüberschussrechnung 2023. Bei der Umsatzsteuervoranmeldung 2024 verhält es sich ähnlich, aber wenn Sie da bisher das grüne Formular, wie hier im Hintergrund zu sehen, gewohnt sind, bitte jetzt nicht rot sehen, auch wenn es nicht mehr grün ist, die Funktionen wie bisher sind alle noch erhalten geblieben, plus eben ein paar schicke Neuerungen, die wir uns jetzt im Detail einmal anschauen. Wir sehen hier unser EUR 2023-Formular. Wie können wir uns darin fortbewegen? Da haben wir jetzt hier oben eben diese entsprechenden Schaltflächen, um durch die unterschiedlichen Bereiche durchzuspringen. Das können wir eben auch, indem wir hier direkt eine Seite anklicken und direkt zu der entsprechenden Seite an der Stelle springen. Wie bisher auch, wenn Sie interessiert, wie sich ein Wert hier zusammensetzt, um da noch ein bisschen Ihre Buchhaltung zu verproben, dann einfach hier auf die entsprechende Zahl klicken, auf die drei Punkte und dann sehen wir auch schon, okay, so setzt sich also der Wert, der in dieser Zeile steht, zusammen. So weit, so gut, so weit, so bekannt. Aber was gibt es denn da eigentlich Neues? Das, was wir uns gerade angesehen haben, das funktioniert jetzt auch im Anlageverzeichnis. Da stehen jetzt eine ganze Menge Werte drin. Vorher musste man das so hinnehmen, aber hatte keine Möglichkeit, da noch Transparenz reinzubringen, außer eben an anderer Stelle in die einzelnen Anlagestammblätter zu schauen. Und wenn wir da jetzt einmal schauen, auch in dem Anlageverzeichnis finden wir jetzt eben hier diese drei Punkte. Und wenn wir da draufklicken, dann sehen wir jetzt dementsprechend auch, aha, wie setzt sich dieser Wert zusammen aus den entsprechenden Anlagegütern mit Anschaffungsdatum, Anschaffungs- bzw. Abschreibungsdauer, den einzelnen Buchwerten. Das können wir uns jetzt hier direkt im Formular des Anlageverzeichnisses, des Umlaufvermögens anzeigen lassen. Springen wir einmal nochmal zurück hier in die allgemeinen Angaben, weil da gehen wir jetzt mal so ein bisschen die Menüpunkte durch, die wir hier auf der rechten Seite haben. Zuerst hier oben mal eine Anleitung. Wenn wir da draufklicken, öffnet sich Ihr Browser direkt mit einigen Informationen vom ELSTER-Portal zur Einnahmenüberschussrechnung. Wechseln wir einmal wieder zurück in mein Büro. Hier haben wir jetzt die Schaltfläche Neuberechnen, falls Sie händisch manuelle Eintragungen durchführen. Können wir uns zum Beispiel anschauen, wenn wir jetzt hier aus den 189.000 mal 200.000 machen, dann sehen wir hier unten, unser Wert verändert sich. Wenn Sie da mal was manuell eintragen, aber dann wieder sagen wollen, nee, jetzt zeigt mir bitte wieder die Werte an, auf Grundlage meiner Buchung in Visum, meinem Büro Desktop. Einfach hier auf Neu berechnen gehen und die bisher eingegebenen oder manuell veränderten Eintragungen werden wieder zurückgesetzt und die auf Basis des Programms errechneten Werte werden eingetragen. Dann sehen wir darunter noch Prüfen. Ging vorher auch erst in dem Moment, wo man ja fast schon den ELSTER-Versand gestartet hat. Das können wir jetzt jederzeit machen. Damit ich da auch mal einen Fehler provoziere, lösche ich hier mal die Rechtsform raus. So, und gehe mal auf Prüfen und dann sehen wir, aha, es sind Fehler vorhanden. Hier wird jetzt eben direkt eine Plausibilitätsprüfung durchgeführt, die eine ELSTER-Abgabe verhindern könnte. Hier sehen wir, aha, es sind Fehler vorhanden. Und wir bekommen jetzt auch den Hinweis, wie wir durch diese Fehler navigieren können, nämlich hier oben mit dieser Schaltfläche Meldung. Wir sehen unten schon, die entsprechende fehlerhafte Zeile wird rot markiert. Und wenn wir da hinspringen, sehen wir auch noch mal eine Erklärung des Fehlers. Ah, die Rechtsform des Betriebes wurde nicht eingetragen. Relativ selbsterklärend. Hier oben finden wir im Protokoll dann auch noch mal direkt die Meldung, so wie sie von ELSTER zurück übermittelt wird. Da steht es an der Stelle dann auch noch mal drin. Aber hier mit dem Klick auf die entsprechende Meldung wird das Ganze natürlich noch mal ein bisschen klarer, was der Fehler eigentlich ist. Und wenn wir jetzt hier eine Rechtsform eintragen, packen wir einfach noch mal hier die Aktiengesellschaft rein und prüfen das. Dann sehen wir, hm, Fehler ist weg. Es sind keine Fehler vorhanden. Wenn keine Fehler mehr von der ELSTER-Plausibilitätsprüfung entdeckt wurden, dann kann man eben auch hier oben die Vorschau generieren, wenn man das möchte. Und da sehen wir dann eben noch mal in PDF-Form eine Vorschau der in dem Fall Einnahmeüberschussrechnung mit den entsprechenden Werten, so wie Sie die jetzt übermitteln würden. Und das können Sie sich für Ihre Unterlagen natürlich auch drucken, speichern, was auch immer Sie mit dem Dokument dann machen wollen. Unterhalb von der Vorschau finden wir den ELSTER-Versand. Der funktioniert genauso wie bisher bei Ihnen auch. Da hat sich nichts Neues getan. Dann haben wir hier noch ein XML-Export. Damit können Sie die Einnahmeüberschussrechnung als XML-Datei exportieren, falls Sie die nicht direkt übers Wieso mein Büro versenden möchten über die ELSTER-Schnittstelle, sondern um die zum Beispiel manuell im ELSTER-Portal hochzuladen. Und hier findet man noch den Button Sparbuch. Das heißt, wenn Sie Nutzer oder Nutzerin von Wieso-Steuer sind, dann ist da natürlich auch der gewohnte Export nach Wieso-Steuer zu finden, damit Sie dann eben die Werte, die Sie hier in Wieso mein Büro Desktop haben, nach Wieso-Steuer für Ihre eigene Steuererklärung exportieren können, damit Sie sich da natürlich einiges an Tipparbeit sparen können. Das Gleiche, was wir jetzt hier eben für die Einnahmeüberschussrechnung gesehen haben, ist eben auch in der Umsatzsteuervoranmeldung vorhanden. Das heißt, wenn wir uns da eben das Formular für 2024, jetzt hier für den Januar 2024 generieren, dann sehen wir, dass dort dementsprechend auch das neue Formular Einzug gehalten hat. Die Möglichkeiten hier sind wieder zu 99% identisch, wie auch bei der Einnahmeüberschussrechnung und aufgebaut, hier oben von der Navigationsleiste und den Möglichkeiten, in die Felder zu klicken und zu schauen, wie ermittelt sich der Wert. Das funktioniert eben noch wie vorher. Neben den neuen Funktionen, die ich Ihnen hier jetzt gezeigt habe, soll das Ganze auch hier dafür sorgen, dass wir die Möglichkeit haben, in Zukunft schneller auf irgendwelche Änderungen in den Steuerformularen oder auch in den neuen Steuerformularen, die Jahr für Jahr herauskommen, zu reagieren. Das heißt, das schlägt sich eben nieder in einer Möglichkeit für uns, das Ganze schneller für Sie umzusetzen, wenn hier irgendwelche Neuerungen Einzug halten. Die zweite Neuerung, die ich Ihnen zeigen möchte, betrifft den Bereich der Eingangsrechnung. Hier ist es nun möglich, Eingangsrechnungen per OCR-Funktion, also per automatischer Texterkennung, vielleicht sagt das dem einen oder der anderen mehr was, analysieren zu lassen, damit Sie sich eine Menge Tipparbeit sparen. Sie kennen das bestimmt. Ich habe jetzt hier mal eine Eingangsrechnung mir sozusagen gebaut. Die Firma Bulldada hat mir jetzt eine Rechnung geschickt über eben mein Visumainbüro. Und wenn ich die als Eingangsrechnung kreditorisch erfassen möchte in Visumainbüro Desktop, dann muss ich eben bisher vorgehen, dass ich jetzt hier meine neue Eingangsrechnung anlege. Und da tippe ich jetzt ein paar Sachen von Hand ein. Mein Lieferant mit natürlich Adresse, Straße, Postleitzahl, meine Rechnungsnummer, die ich vielleicht sogar mir auch bisher mal kopiert habe und noch meinen Betrag. Ah, wie viel waren das nochmal? Ach ja, 655, 45, tippe ich mal ein. Und ja, so füttere ich das Visumainbüro Desktop eben mit den Daten meiner Eingangsrechnung. Kann aber natürlich auch, je nach Anzahl der Eingangsrechnung, eine Weile dauern, bis ich da mal alles eingetippt habe. Kann mir natürlich hier und da auch mal ein Fehler passieren, wenn ich mich fair tippe. Das Ganze geht jetzt eine Ecke einfacher. Ich mache das hier mal wieder zu und gehe jetzt hier unten bei Eingangsrechnung, bei dem Plus auf Aus Datei. Und wähle jetzt hier eben meine Eingangsrechnung, die ich Ihnen gerade gezeigt habe. Einmal aus. Da ist sie wieder. Und klicke einmal hier auf Öffnen. Jetzt wird das Dokument im Hintergrund hochgeladen und analysiert. Und wenn der Vorfee-Effekt funktioniert, dann sehen wir es hier auch direkt. Der Lieferant wurde ohne, dass ich ihn eintippen muss, jetzt hier eingefügt. Wir sehen die Bulldata Service GmbH mit ihrer Adresse, mit der Rechnungsnummer, mit dem Betrag. Und das, was ich vorher noch von Hand eintippen musste, hat er jetzt eben aus dem Dokument, aus der PDF herausgezogen und hier in die entsprechenden Felder eingetragen. Wir sehen das entsprechende Dokument. Die PDF, die ich da jetzt auf meinem Rechner habe, ist jetzt hier auch automatisch hinter dieser Eingangsrechnung hintergehängt, dran getackert worden, wenn man das so sagen möchte. Und damit müssen Sie dann eben in Zukunft auch nicht mehr in irgendwelchen Ordnern wühlen, entweder im Schrank oder auf dem Computer, sondern finden das Dokument auch direkt zu der passenden Eingangsrechnung hier abgelegt. Und jetzt müsste ich eigentlich nur noch vielleicht hier ein FIBU-Konto in meiner Buchhaltung hinterlegen. Ich mache jetzt mal hier den Wareneingang und schon habe ich meine Eingangsrechnung mit dem entsprechenden Dokument dahinter in Viso mein Büro Desktop abgelegt. Falls Sie auch die Erweiterung DATEV oder die Funktionalität des DATEV-Moduls nutzen, könnten Sie so auch eben nicht nur Ihre Reihenbuchungssätze, sondern auch die Belege, die Belegbilder, die PDFs, diese von Ihren Lieferanten bekommen, dann direkt an den Steuerberater über den DATEV-Export weiterleiten. Was brauchen Sie dafür? Dafür sind zwei Sachen notwendig. Eigentlich einmal das Modul Dokumente Plus oder Dokumente und Verträge, je nachdem, was für ein Viso mein Büro Sie haben, heißt das ein bisschen anders. Und dann eben die Online-Anwendung Viso mein Büro Dokumente. Da verlinke ich Ihnen noch ein kleines Video unten in der Videobeschreibung, das Ihnen einmal nochmal zeigt, was Viso mein Büro Dokumente eigentlich ist. Kurz angerissen. Ich wechsle dafür einmal mal hier in den Browser und da habe ich es auch schon offen. Viso mein Büro Dokumente ist eine Erweiterung zu Ihrem bestehenden Viso mein Büro Desktop und dabei handelt es sich um ein Cloud-Dokumenten-Management-System. Und das Dokument, was ich jetzt hier am Rechner rumfliegen hatte, was mir mein Lieferant per E-Mail zugeschickt hat oder was ich vielleicht eingescannt habe, weil es per Brief kam, das ist jetzt eben durch diesen Scan-Vorgang, durch diese Analyse, hier auch automatisch online abgelegt. Wir sehen hier dieses Verknüpft-Symbol. Das heißt, das ist eben mit einem Datensatz in mein Büro Desktop verknüpft und liegt jetzt aber gleichzeitig auch online in der Cloud als von überall abrufbares Dokument. Und damit ist es übrigens auch möglich, per App auf Ihrem Smartphone Dokumente von unterwegs abzurufen oder auch hochzuladen. Stellen Sie sich mal vor, Sie sind unterwegs, kaufen irgendwas, bekommen dafür eine Quittung und die können Sie dann direkt per Handy-App digitalisieren, damit, wenn Sie zu Hause sind, Sie das für Ihre Buchhaltung haben. Oder damit ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin im Büro direkt schon Ihren Beleg hat und das dann dementsprechend verbuchen kann. Wenn Sie da noch weitere Informationen zu wünschen, gehen wir gerade hier mal einmal auf unsere Webseite, auf meinbüro.de. Da finden wir hier unter dem Menüpunkt Wieso mein Büro Dokumente noch einige Informationen dazu. Und ansonsten natürlich auch nicht zögern, sollten Sie das noch nicht benutzen, aber in Zukunft benutzen wollen, gerne einmal mit uns Kontakt aufzunehmen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Alle Änderungen des Updates werden auch nochmal unten in der Videobeschreibung verlinkt. Dann weiterhin viel Erfolg mit Wieso mein Büro Desktop und bis zum nächsten Mal.